So, das musste ich immer noch mal verkraften mit dem Wolf. Okay. Ähm. Wir können hier mal noch Spitzhacken gucken. Stahl 70, alter Schwede. Ja, äh, okay. Also bis Level 70 werden wir diese Kristalle dann nicht abfahren können. Ach, hier habe ich doch noch Stein. Na gut. Okay... Das war's für heute. Zeit, Zeit, Zeit. Zeit, 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 Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Zeit, 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 Zeit. Zeit, 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 Zeit. Wann habe ich den denn platziert? Hmm. 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 Oh, Stables will ich schon irgendwie hier irgendwie machen. Eigentlich müssen wir das Ding nochmal neu hinsetzen, genau wie das Ding. Wir gehen Stein fahren. Wir holen uns erstmal essen. Wir holen uns erstmal essen. So. So. Okay. Oh. Das war's. Dann gehen wir noch Holz fahren. Dann bauen wir die Stables. Ich weiß noch nicht, woraus ich die Stables bauen will. Habe ich die ähnlich aus Holz und Steinen im Bau? Ich würde sagen, ja. Müssen wir mal gucken. Ja, 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 machen wir. Ich versuche den Stil ähnlich beizubehalten. Ich versuche den Stables. Zu viele Kristalle. Ich meine, wenn wir erstmal da sind, dann nice. Aber bis wir da sind, das dauert. Was wir finden, so eine magische Mollwurfs-Krallen-Hacke. Die vielleicht auch sowas hier wegmachen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Steine wir jetzt brauchen. Wenn wir mal sehr viel mit. Ich weiß es nicht, wie viele Steine wir jetzt. Vielleicht können wir noch irgendwas aus Eisen bauen. Das administration sensorン ist. Um keinen Tucsona. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß es nicht. Ausdauer niedrig, was? Vielleicht treffen wir aber noch irgendein unterirdisches Höhlensystem. Wobei es glaube ich eigentlich nicht hier in diesem Bion. In der Anfängerprärie. Na wer weiß. 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 Okay, ach guck mal, wir haben sogar ein Höhenmesser, den habe ich gar nicht, ich habe da schon mal versucht darauf zu achten, dass wir einen haben vielleicht, aber oh Gott, das war es, doch nicht, hui, hui, hui. Wollte die Tür eigentlich nicht zumachen. Hä, wieso sind die Öfen weg? Wurden die kaputt gemacht von dem scheiß Vieh? Oh Gott, also nur 10 Steine, okay, dann ist das, das wäre mehr. So, dann holen wir uns Holz, den mitnimmt, ne. Ich kann jetzt mal Kram einlagern wieder. Nimm ein Trike mit. So. Dann müssen die Tiere mal auf Passiv stellen oder so. Oh. Okay. Da hängt auch einer im Baum. So, dann kommen wir hier zurück und dann... Da sind auch immer alle Türen auf. Ich mache die Hände auch gleich mal zu. Hm, bauen wir jetzt mit Fundament oder? Oh, nö. Brauchen wir mal ein bisschen Tore? Oh, nö. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich weiß es noch nicht. Wie bauen wir das am besten? Hm. Oh, nö. Oh, nö. Ja, vielleicht außenrum dann einmal. Kriegt ja erstmal alles da mit uns. Haben wir kein Gewicht hier. Oh, nö. 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 Ich ward sich dann aus ihm rum. Oh, nö. Oh, nö. Antrim. Oh, nö. Ich warte mal in die Hände. Sollte Okay. So. Wo brauchen wir mehr von? Steinboden. Okay. 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 Dann legte den Holztreppen die 있어요 treppen Hmm... Oh, wir können... Oh, ho, ho, ho. Nice. Oh, das eröffnet ja vollkommen neue Wege. Ähm... So. Oh, ho, 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 ho. Okay, done. Okay. 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 ich dachte 4 ok da kann ich auch hier stimmt ja nicht in die richtung ran muss man oben auf platzieren so ich kann wir haben angefangen so 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 ich muss mehr davon bauen ja 100 mindestens eher mehr so 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 ich habe gerade etwas gemerkt ein kleiner umblick so 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 komm dann machen wir auch hier gleich richtig Was ist das? Okay. Ja. Wunderbar. Oh no, der Boden. Stein, Boden. So. Das ist die Frage, wie mache ich da denn zu? Hmm. 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 Das war's für heute. Dann Fenster. Ok, wo hab ich die nächste plazierter? Ja, ok. So. Zaun. Nein. Stein. So. 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 Ich werde es natürlich nicht ganz überdachen. Aber ein bisschen hier vorne. Aber ein bisschen hier vorne. Theoretisch könnte man jetzt die Stufen da irgendwie noch anmachen, indem man eine untere Reihe mit Stein macht und dann das da drauf. Aber, nee, ach was. Okay. 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 also den sattel nicht natürlich noch von dem entfernen ich will glaube ich den vielleicht ein höher setzte damit die wirklich platz haben so 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 ist egal sind keine dinger sind naja raus mit dir so dann muss ich dazu machen so 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 runter so 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 Jör. Warum war der auch aggressiv? Haben wir den so eingestellt? Achso. Achso ich weiß was ich noch machen muss, dafür müssen wir erstmal eine Etage höher. Das ist doch auch cool. Okay. 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 Wir haben doch noch ganz viele von denen hier. So. 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 Unser Anwesen wächst. Stetig. Sehr nice. Sehr nice. So. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, auf ein neues versuchen. Also viel. Sehr großer Abstand muss man sagen. Ja, ist doch nett. Und... Ja, lass ich das mal auf. Ähm... Ja. 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 Ja, aber muss es regnen dafür? Ich dachte, es muss regnen dafür oder so. Hm... Das ist ja blöd. Egal. Wir haben es stehen. Ja, die Führung ist gefallen mir nicht mehr so wirklich da. Generell, wir werden nach und nach sowieso hier die Wände aufrüsten zu Steinen. Also... Alles wird anders. Das ist eine geheime Truhe. Die hab ich gar nicht gesehen. Ich hab diese platziert irgendwann mal. Ah, wohl. Ja. Was ist das? das wird irgendwann alles ersetzt stein boden so ja so ein bisschen mit erde brauchen wir schon noch ja wir haben noch mehr von den treppen nicht mehr die will ich gar nicht die möchte ich stein nach schade also schlecht das ding jetzt hier nicht so so Steindeckel Ein Oh Ja ok, irgendwo muss ich hier eine Grenze haben Wand Und So Ja, es wird alles Ist doch eigentlich schon mal gar nicht schlecht Achso, das ist hier Ja ok, ist klar Oh, ist das falsch? Ja 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 Ich auch Ja Achso Ich kann es nicht schicken Verbinden alles miteinander. Okay, wir sahen unsere Projekte mit hier oben geholt. Ja, was machen wir hiermit? Und ich kann mir die Hundehütte an das Haus mit anpflegen. Ja, doch, das machen wir. Wir müssen uns überlegen, was wir generell mal mit den Ossenbauern machen. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns überlegen.